Hi Leute, willkommen bei Tierliebe und das ist das neunte, zehnte Türchen, weil gestern hatte ich wieder keine Zeit und ich hab's vergessen. Also erstmal das neunte bei den Tieren, da hatte ich schon mal einer kurz gehabt, das sind wieder so Rinderlinger, dann das zehnte Türchen, Johannes Breath, dann das, das neunte ist irgendwie öffnen, dann das neunte, nein, das zehnte war irgendwie auf dem Tropfen, dann wieder Minitropfen, blau, äh, weiß drin und ja, das war's eigentlich schon. Tschüss!